Musik Vielleicht sollte ich mein Mikro auch anmachen, wenn ich rede. Ich habe aus Versehen mein Mikro ausgeschaltet. Ähm, ja. Wir kommen zurück zu Haven. Wir, also ich habe jetzt zu der Stelle wieder hingespielt. Wir sind, äh, hier eigentlich beim letzten Mal hingelassen. Wir sind hier hingeblieben. Seitdem hat sich aber einiges getan, denn OBS hat gar nicht mehr funktioniert. Ich konnte machen, was ich wollte. Und ich habe folgedessen meinen PC auf Werkzeugeinstellung zu setzen müssen. Ähm, ich dachte eigentlich, dass die Sales gesichert wären. Ähm, war es auch. Allerdings der Sale vom ersten Part. Warum weiterhin nichts mehr gespeichert wurde, weiß ich nicht. Ähm, scheinbar hat sich der PC gedacht. Ach, ja, komm. Wir sind sowieso schon im Arsch. Also, ne, wir brauchen nicht weiter speichern. Ähm, ich bin jetzt absichtlich hier im Menü, weil ich bis hierhin wieder zurückspielen musste. Folglich, weil ich ja kein, kein Speicherdaten mehr hatte. Ähm, die ein oder andere Sequenz. Also, ich bin jetzt genau nach der, also genau an der Stelle, wo wir die Motorhaube da wieder angebracht haben. An der Stelle bin ich auch wieder. Das Witzige ist, dass es ein RPG ist. Also, wie es so, oder wie eine Vision Novel, oder wie auch immer man es nennen mag. Ähm, dieses Spiel ist bis zu einem gewissen Punkt immer gleich. Manche Dinge variieren aber. Ich habe jetzt die Sequenzen, die ich vorher nicht hatte. Folglich starten wir jetzt direkt gleich in eine Sequenz, die wir meines Wissens nach noch nicht hatten. Wir haben auch das mit dem Kräutersynthinisieren noch nicht, wo wir dann halt Erste-Hilfe-Kits und so weiter herstellen können. Das haben wir auch noch nicht, obwohl ich an der gleichen Stelle bin wie zuvor. Ähm, wie gesagt, Motorhaube haben wir eingesammelt. Wir haben die drei verschiedenen Essenssorten quasi. Ähm, gut, eine Gegnerart habe ich noch nicht getroffen, obwohl ich auf der Map gewesen bin. Ähm, ja. Ja, ich habe jetzt aber auch nur nochmal, oder jetzt schon die Aufnahme gestartet. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch weiter zurückgespielt. Ähm, weil, wie gesagt, jetzt eine Sequenz kommt, von der ich meine, dass wir sie noch nicht hatten. Und, ja. Beziehungsweise zwei Sequenzen, von denen ich meine, dass wir sie noch nicht hatten. Wenn wir sie schon mal hatten, dann ist es mir jetzt egal. Dann haben wir es halt jetzt nochmal, aber dann halt in ordentlicher Qualität. Bisher sehen die, äh, sieht es auch ganz gut aus. Ich habe jetzt die FPS komplett auf 30. Ich habe jetzt auch den Speicherort geändert, falls es daran gelegen haben sollte. Wegen Externe, was aber eigentlich, kann eigentlich nicht sein. Äh, ja, also mein Freund meinte, dass es auch durchaus daran liegen könnte. Ich kann es jetzt nicht genau nachprüfen, weil das war tatsächlich die einzige Sache, die ich nicht ausprobiert habe, ähm, das auf einen anderen Speicherort zu packen. Ähm, ja. Es könnte daran gelegen haben, es könnte aber auch irgendwas anderem gelegen haben. Ich weiß es nicht. Jetzt nach der Werkseinstellung zurücksetzen. Hat's geklappt. Ich habe jetzt, nach drei Tagen bin ich wieder da, wo ich aufgehört habe, wir aufgehört haben. Und ohne lange Umschweife. Ich habe ja eh schon fünf, vier Minuten geredet. Die Hälfte von euch hat wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. Das starte ich jetzt mal. Ah, ja. Ah, are you just realizing this now? No, but, I mean, having self-standing bits gravitating around a larger core would make sense. It could be a sign of a young planet still in formation. But why would the apiary try to colonize such a jumble? From a logistical standpoint, it makes no sense. That's true. They must have had a very good reason. Unless. What? Unless source wasn't in this condition when they arrived. What? What do you mean? Did the apiary cause this to happen? I didn't say that. But it's a possibility. If we keep on exploring, we should no more. We can improve what exactly? Yeah. Yeah, verbessern können wir. Das habe ich, äh, haben wir schon entdeckt. Das hier, komischerweise noch nicht. Ähm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Szenen, ich habe sie jetzt in meinen zwei alten Aufnahmen, nach der Motorhaube, habe ich sie nicht gefunden. Vielleicht auch, weil ich sie im Schnelldurchlauf gemacht habe. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass wir sie nicht hatten. Und, ja. Gehe jetzt hier einmal schlafen. Dann müsste eigentlich noch gleich die nächste Szene kommen. Ich habe nämlich eben, bevor ich wieder rausgegangen bin, noch schnell das Spiel beendet. Gehe jetzt hier wieder rausgegangen bin, oder? Gehe jetzt hier wieder rausgegangen bin, oder? Ich glaube, die hatten wir schon wieder. Okay, so, let's say it's 11 p.m., so tomorrow morning I'll set the nest clock at 7 a.m. Does that work? 7.10. And yes, that works. Oh, nix. Nee, das hatten wir doch nicht. So, ich weiß jetzt nicht. Hey, jetzt muss ich tatsächlich mal kurz nachgucken. Okay, doch, das hier sind wir soweit. Gut. Ich werde jetzt sagen, dass ich gestern noch was gegessen habe. So. Wollen wir das noch einmal? Okay. See? You can cook, too. Stop it. I just skewered a bunch of vegetables. Even still, it tastes great. Through none of my doing. But it does taste great. Did you find it? You'll have to hold on a little longer. I still think that I could have reached that shelf by climbing on a chair. Sure, but you don't know where to look. Neither do you, apparently. I was thinking of something mean to reply, but I'll wait till I'm off your shoulders. Good thinking. What is all that junk up there? Keep in mind, I got the nest when I was 16. I've had a lot of time to accumulate stuff. 16, you say? Any chance we'll find some posters of hot celebrities and spray on glitter? If that's the most compromising thing you can think of, you're severely lacking imagination. I got it. You can put me down. So? Give it to me. Oh, no. I will let you see my diary, because I'm nice. But first, I have to check that there's nothing embarrassing in it. It's a diary. It's designed to be embarrassing. Nothing too embarrassing. Hm, hm, hm. Ja, ich, äh, hm. Ich glaube, wenn ich heute in meine alten Tagebücher reingucken würde, ich würde mich einfach nur in Grunde Boden schämen. Aber ich glaube eher darüber, wie dumm und naiv das Kind war, was da reingeschrieben hat. Ähm, ja. Gut. Hier hocken die Beine jetzt. No, this planet in bits is pretty weird. Are you just realizing this now? No, but, I mean, having self-standing bits gravitating around a larger core would make sense. It could be a sign of a young planet still in formation. But why would the apiary try to colonize such a jumble? From a logistical standpoint, it makes no sense. That's true. They must have had a very good reason. Unless... What? Unless Source wasn't in this condition, when they arrived. What? What do you mean? Did the apiary cause this to happen? I didn't say that. But it's a possibility. If we keep on exploring, we should know more. Ich kann mir vorstellen, warum wir vielleicht das hier noch nicht haben. Und zwar, weil ich diesmal nur ein Erste-Hilfe-Kit benutzt habe. Und wir noch das andere da drin haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir deswegen noch keine anderen Sachen herstellen können. Ähm. Ja. Ja, hier ungefähr sind wir stehen geblieben. Bis auf halt einige Sequenzen, von denen ich, wie gesagt, meine, dass wir sie noch nicht kannten. Ähm. No. Da hier. Ja, das hat nur schon. Das hat nur schon. Ich glaube... Ich denke, dass wir in die Richtung müssen. Wir werden sie jetzt sehen. Ich habe ja gesagt, die schneide eigentlich die Wege jetzt raus, aber... Wie gesagt, da ich jetzt nicht genau weiß, wo der Anfang, wo das Ende war, des letzten Parts. Also klar, ich weiß, äh... Dass wir nach dem Ding mit der Motoraube aufgehört haben, quasi. Das letzte große Ereignis. Wir haben dann ja noch so ein komisches anderes Viech da gefunden. Auf dem Planeten war ich tatsächlich noch nicht. Da waren wir ja nur zum Erkundenenden in einem Part. Deswegen... Wir werden uns das jetzt noch einmal genauer anschauen. Und dann habe ich dieses Kartensystem auch verstanden. Hm? One day we're gonna break a limb doing this. And it will be worth it. This one doesn't look very good. Let's not judge based on appearances. No. Und hier müssen wir jetzt trennen. Ach ja, herrlich. Hier haben wir beim letzten Mal, meine ich, aufgehört irgendwo. Jetzt müssen wir das von normal leben, aber okay. Ich meine, so habt ihr es jetzt wenigstens wieder in, ich denke mal, ordentlicher Qualität. Und da hinten sind die Flügeltchen. Und ich denke mal auch in besseren Sound. Da bisher sind auch gar keine Probleme. Also hätten wir nicht diese unterschiedlichen Sequenzen da jetzt gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich bis hierhin noch aufgenommen. Ähm, hingespielt. Da wir aber da andere Sequenzen hatten, wie gesagt... Ich weiß nicht, ich wiederhole mich. Fand ich es besser, wenn ich das so mache. So kann hier sicher sein, dass wir... Nichts verpasst haben. Gut. Oh Gott, vier Gegner? Das hatten wir aber noch gar nicht. Wir hätten auf jeden Fall schon unseren zweites Lämbler. Wir sind für wen sich schon mal gut vorbereitet. Hier ist nur noch dieser komische Salamander-Echsen-Fiech da. Ich mache mich hier auch langsam, glaube ich, ganz gut in dem Spiel. Ich finde es besser als vorher. Finde ich. Nur das mit dem Driften, das kriege ich... Das werde ich nie hinkriegen. So, wo geht das Ding hier hin? Kann ich mir die Map mal ein bisschen... Okay. Warum hat das jetzt abgebrochen? Wenn ich weil ich nach unten geguckt habe. Não, das kann ich nicht gut. Du kannst mich schon mal gut. Sei auch nichts. Der ist wieder der perfekte Kugel. Das juckt mein Ohr auch noch. Kommt. Perfekt. Das kann man schon das nächste Jubiläum feiern. Da oben ist noch was. Das müssen wir uns auf jeden Fall holen. Ach, das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Aber du kannst mir sagen, was das ist. Oh, das ist ein bisschen großartig für ein Pollinator. Aber sie sieht nicht sehr aggressiv. Warum ist sie fliegt in einem Ort wie dieser? Sie wird vielleicht beinträchtigt durch unsere Schmutzung. Oder durch etwas in unsere Schmutzung. Oh, okay. Nope, no apple dew. Uh, some rust? What are you doing? Why would she want some rust? Huh. This? Ah, she likes this. What was that? Leftover, roasted apple dews. She didn't want apple dews, but roasted apple dews are good. Such is the power of cooking. Huh. Anyway, she doesn't seem to have any issue traveling from one islet to the other. Are you thinking what I'm thinking? Are you thinking what I'm thinking? Yes, and that's a very bad idea. We must not be thinking about the same thing. Because I'm thinking about a rather excellent idea. I'm pretty sure that you're thinking what I'm thinking that you're thinking. Oh, yeah? Go on, then. What am I thinking? You're thinking about climbing up on top of her so we could ride her to other islands. Yep. Hmm. Hmm. Yes. Can you explain to me why this is a bad idea? Ever heard of the law of attraction? Gravitational pull? Broken bones? Come on, you. I thought you loved flying. Yes. With seats and safety belts. Oh, yeah. And cockpits, too. Plus, how do you expect to climb on top of her? She'll never cooperate. We just fed her. We're buddies now. Kay, you're out of your mind. If I manage to get on top of her, you'll follow. And if you don't manage? I will rub your feet every day for a week. Two weeks. Ten days. Sold. Do your worst. Ready to get on board? Okay. I'm sorry. I'll do it. 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 To get one hundred bucks. If you don't like a Okay, zu einer Insel reiten. Wähle eine Insel auf der Karte aus. Du kannst nur Inseln auswählen, die von Ross befreit wurden. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich will da hin. Okay. Off we go. That worked. She understood. Thank you. I'm afraid that's gonna be a bit tough for us to say. Burble? Can we call you Burble? Alright. Burble it is. Hey, Burble. Are you sticking around? We might want to go back to where we came from. Ach, wie cool. Und die bleibt dann tatsächlich jetzt erstmal auf den... ... in den Orten? Ist das cool. Okay, da haben sich die Entwickler auf jeden Fall was richtig cooles einfallen lassen. Das ist ja mega geil. Und dann sieht er doch so niedlich aus. Ich glaube, wenn es solche Viecher in echt geben würde, würde ich so als haben wollen. Ich weiß aber, dass ich keins kriegen würde. Wir haben schon mal als genug Tiere. Okay. Ähm, gut. Das war ja jetzt natürlich nur ein Versuch. Wir steigen dann natürlich wieder auf. Weil hier wollten wir ja natürlich nichts hin. Achso, eine gesäuerte Insel. Achso, eine gesäuerte Insel. Ja, stimmt. Wir können natürlich nicht zu der einen, weil uns da noch der eine Punkt auf jeden Fall fehlt. Oh, gut zu wissen. Okay. Danke, Burble. Ah, jetzt fliegt sie da hinten rum. Ähm. Nein. Ja, ich wollte hier irgendwo ein wenig ins Wasser. So, ich will nämlich jetzt mal die eine Insel befreien. Das würde ich zumindest so in diesem Part schaffen. So. Huch. Vielleicht. Ähm. Wie geht es mit dem Nest? Wie ist das? Wie ist das? Ich glaube, irgendwo in dieser Richtung. Aber ich kann wirklich nicht wissen, mit dieser Mist. At least von hier, wir können die ganze Flow-Bridge sehen. Ja. Es ist schwer zu wissen, wenn du in dem, aber das Ding ist großartig. Und von hier, du wirst niemals wissen. Das ist nur Millionen von Flow-Threads, zusammengezogen. Just Millionen von Flow-Threads? Ha. Du wissen, was ich sage. Mhm. Ja. 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 Da wollte ich eigentlich nicht, ne? Schon blöd, wenn diese Expanse mitten in diesem Gleitding, Sturm, Flut, was auch immer, Ding kommt. Wow. Du willst eigentlich nicht mehr so viel machen? Ja. 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 Das müssen wir erst schieben. Oh, please, ease off the snide comments and help me out. One, two, three, are you pushing? No, I'm getting my nails done. Of course I'm pushing. Okay, I don't think this is going to work. It looks like this guy likes Flo so much, that he can't take his butt off the spring. So selfish. Okay. So. Ich weiß, das war noch nicht alles in Rust. Aber ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Ich habe jetzt extra ein bisschen länger gemacht, damit ihr auch ein bisschen was Neues gesehen habt. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass das jetzt neu war. Aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich werde ihn versuchen, jetzt direkt noch zu rendern. Ich habe noch fast zwei Stunden Zeit. Deswegen werde ich das jetzt direkt rendern. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, dass die Qualität jetzt besser ist, bis er kam, kein Störungsbericht oder sonstiges. Also, ich nehme mir von mal an, dass alles gut ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.